Ok. Ich kack' ab! Ich kack' ab! Ich kack' ab! Jaaa! Servus und herzlich willkommen zurück zu Roblox! Und beim letzten Mal haben wir uns diesen Roller hier gekauft. Und bei diesem Mal werden wir versuchen, den ganzen Tycoon abzuschließen. Das wird lustig! Und ich kauf' mir jetzt erstmal so'n Dach bitte. Kann ich ein Dach haben? Bitte! Bitte! Bitte kann ich ein Dach haben? Oh! Ich hab' ein Dach! Oh! Äh! Drachenstatue 3000! Brauchen wir nicht! Wanddekorationen! Brauchen wir nicht! Äh! Blumen! Ok! Das ist auch eigentlich das Einzigste, was ich mir leisten kann! Äh! Ja! Hier sind Blumen! Ja! Die sind irgendwie... Habt ihr die in Wachstumsmittel gegeben? Oder... Egal! Äh! Ladler! Was ist denn ein Ladler? Ist es schlecht, wenn man das nicht weiß? Setz' ich mal da hin! Hallo! Bitte! Wo ist die hin? Hilfe! Hilfen sie mir! Oder vielleicht sitzt sie auch hier oben? Ja! Da sitzt sie! Äh! Dann schau' ich jetzt mal zu meinen Droppern nach! Oh! Ok! Du sitzt dich bitte auch hin! Sitze ich hin! Ja! Zu meinen Droppern! Was da so geht! Der nächste Dropper! Was? 5000! So viel Geld hab' ich doch nicht! Und da? Da gibt's keine Dropper! Ist aber sehr unsymmetrisch! Das mag ich nicht! Du, setz' dich bitte auch hin! Äh! Hier! Was passiert jetzt eigentlich, wenn ich rauszoome? Kann ich dann durchwenden? Nein! Du! Ich kann glaube... Nein! Doch! Wende! Kann ich dann durchwenden? Kann ich nicht! Das ist sehr interessant! Ich mein' mit der Kamera! Äh! Brauchen wir eine Drachenstatue? Ja! Definitiv! Wir brauchen eine Drachenstatue! Boah! Ist richtig geile Sache! Ok! Dann! Ich speu' jetzt auf Ledler! Fini! Das ist kein Ledler! Das spricht man ohne L aus! Leiter! Leather! In Englisch! Ha! Manchmal sind die Menschen einfach so dumm! Ich will mir Ledler kaufen! Du setzt dich in der Zwischenzeit bitte hin! Hallo! Danke! Und wir fahren ein bisschen mit unserem tollen Euro! Äh! Ja! Äh! Okay! Und wer die Folge nicht gesehen hat! Ich verlinke sie in der Beschreibung! Und der Roller ist dezent verpackt! Ja! Äh! Okay! Kann ich bitte absteigen? Danke! Können wir uns jetzt einen Ledler kaufen? Ich bin Ledler! Ledler! Das bist'n du für einer! Okay! Okay! Äh! Und ich hab' 2.190! Ledler kostet mehr! Ja! Okay! Ich würde sagen! Ich lasse sie jetzt einfach ein bisschen laufen! Das Spiel! Und dann sehen wir uns gleich wieder! Wenn ich mir den Ledler leisten kann! Oder vielleicht sogar mehr! Bis gleich! Okay! Ich würde sagen! Das ist genug! 7.090! Und dann kaufen wir uns jetzt einfach den Ledler! Komm! Was ist der Ledler? Bitte! Gib's mir! Gib mir den Ledler! Äh! Kann ich meine Rolle auswählen? Ich kann meine Rolle auswählen! Dann ist alles gut! Aber! Warum krieg ich keinen Ledler? Bitte! Mein scheiß Internet! Bitte! Lass mich nicht im Stich! Hab ich le... Äh! Warte mal! Warte mal! Warte mal! Warum dreh ich mich? Das wäre so ne Frage, die ich gern beantwortet hätte! Und... Äh! Ich glaub! Es ist eine Leather! Leather! Äh! Okay! Ich kann nicht reden! Aber trotzdem! Äh! Ich habe jetzt hier ne Leiter gekauft! Und kann da höchstwahrscheinlich raufklettern! Ja! Kann ich! Und es ist sehr rot hier! Äh! Hier gibt's! The Quest for irgendein Sushi! Delicious? Delicious! Äh! Für irgendwas fantastisches! Aber das will ich jetzt alles gar nicht! Ich wollte mir eigentlich noch die anderen... Ich glaub Wanddekorationen waren's! Äh! Ja! Wanddekorationen! Kaufen! Bitte! Bitte! Was ist das? Warum nicht? Mach's mir Angst! Bitte! Die können die Wanddekorationen jetzt... Und warum ist grad mein Geld runtergegangen? Das macht keinen Sinn! Ich glaube, ich habe es gekauft. Ich habe es gekauft. Ja, glaube ich. Ja, ja, doch. Doch, soll ich. Und jetzt erst mal speichern. Die ganze Scheiße hier. Safe, bitte. Bitte speichern es mal. Ja, danke. Ist gespeichert. Okay, dann setzt du dich bitte hin. Und jetzt sollten wir... Nein. Alles haben. Bis auf die komischen Sachen da oben. Was gibt es da oben? Äh. Da, da. Kann ich... Kann ich haben? Kann ich es mir nehmen? Kann ich es in die Hand nehmen? Nicht? Kann ich hier anfangen? Ja, mehr Intelligenz. Das brauche ich ganz dringend, aber... Ja, geil. Ja, geil. Aber ich schaue jetzt noch mal so ein bisschen hinterm Haus. Oder so. Ob es hier... Und setzt du es hin wieder. Vielleicht noch irgendwas gibt, was ich mir kaufen könnte? Weil sonst war es ein ziemlich kurzer Part, würde ich mal behaupten. Ich kann mir noch ein bisschen... Ich kann mir noch Dropper kaufen. Und Chad, bitte geh weg. Äh, ich weiß nicht, was für... Freunde. Ui, der sieht sehr interessant aus. Kurkuma. Ich habe ein Abzeichen verliehen. Ich habe es fertig. Ich habe das Gebäude fertig. Das ist ja toll. Warte mal. Ich stelle mich jetzt so vor das hin und dann mache ich ein Thumbnail. äh, warte mal so, und jetzt rauszoomen ok, das Sandknägel ist getätigt und ja, wir sind ja jetzt eigentlich durch du Drache äh, mich hat nie jemand nach einem tollen, leckeren Kaffee gefragt und das ist schade ihr könnt jetzt alle nochmal genüsslich essen und ich habe jetzt alles in meinem Restaurant erreicht jetzt kann ich es schließen und jetzt könnt ihr schauen, wo ihr zum chinesischen essen gehen könnt äh, vielleicht zu einem von den 50.000 anderen aber das ist nur so ein Tipp und dann nehme ich jetzt meinen super tollen Roller bei dem ich nicht mal die Hand halte und mit diesem Sprung und diesen komischen verpackten Sprung beende ich die Folge und sage das war eine kurze Folge äh so, das war's mit der Folge schaut in die Videobeschreibung da sind ein paar Sachen verlinkt und und sonst würde ich sagen das war's mit dem Video habe ich schon mal gesagt und ciao okay Leute ich gestalte mir jetzt einfach so ein bisschen meinen Avatar noch davor ja, die Haare gefallen mir und dieser ganz tolle Körper äh, nein den will ich nicht unbedingt haben äh kann ich mir einen anderen Körper aussuchen der vielleicht oh ja der schaut cool aus der sieht cool aus äh sonst nehme ich jetzt noch eine schwarze Hose oh ja, die ist cool die ist cool kriege ich sonst noch irgendwelche coolen Arme nein, die nicht äh 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 mhm hm eine Sonnenbrille ja, eine Sonnenbrille brauche ich und diese tollen niedlichen Füße ah das war's super toll was ist denn das ah das, nein das ist nicht okay nein das war's jetzt äh mit der Vorschau und dann viel Spaß mit dem eigentlichen Video und abonnieren bis gleich bis zum nächsten Mal 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 bis zum nächsten Mal